Hallo ihr Lieben, frohes neues Jahr wünsche ich euch. Benni hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Es geht wieder los, das neue Jahr hat begonnen und ich hoffe ihr seid alle gut reingekommen und seid alle gesund und munter und wohlauf. Wir sind es auch und wir haben wieder schöne Angebote im neuen Jahr für euch und wir fangen mal an. Calgulit Finish habe ich gerade für euch geholt von draußen aus dem Lkw, die 100er Packung 7,99. Da ja bald Weihnachten ist, natürlich M&M's Adventskalender. Das Schöne daran ist, es sind 346 Gramm Inhalt. M&M's in allen guten Sorten. So eine M&M's Tüte in der Größe kostet 3,99 normalerweise im Handel. Wir haben das für euch 1,49. Golden Oreo. Hier haben wir ein tolles Angebot, die sind jetzt gerade MHD überschritten. Das ist natürlich nicht schlimm, die könnt ihr noch lange aufheben. Kostet eine Schachtel 35 Cent. Kalte Jahreszeit, da braucht man Hustenbonbons. Wic plus Koffein ist drin. Das schmeckt man natürlich nicht, aber die machen auch wach. Wic be active. Statt 1,79, 40 Cent die Tüte. Jetzt wird es schwer. Hotblot AST 40 und Hotblot Energy Drink Classic sind wieder da. 24 Dosen. 9,99 Euro. Zuzüglich Einwegpfand bei uns. Das haben wir ja immer den Preis. Scheibenkäse darf nicht fehlen. Hier von Kerrygold. Cheddar. Cheddar würzig, Cheddar herzhaft. Und der gute Butterkäse. Statt 1,99, 1,29 Euro. Hier haben wir einen französischen Käse. Sehr lecker. Zwei, was hat er hier? Ich weiß es jetzt nicht. 200 Gramm. 180 Gramm. 1 Euro nur. Hier gibt es die pure Vielfalt Milkaner. 140 Gramm. Der kostet bei uns 79 Cent. Halloumi-Grillkäse. Kann man auch in die Pfanne machen. Der kostet hier 225 Gramm. Der kostet normal 2,99 Euro. 1 Euro nur. Und noch mal reingekommen. Die Ofenkäse. Die großen von Rougette. 3 Stück. 5 Euro. Einer 4,29 Euro. Bei uns 2 Euro weniger. 2,29 Euro. Wenn ihr 3 Stück nehmt. 5 Euro. Kinder Schokobonks XXL. Packung. 500 Gramm. 4,99 Euro. Hier auch ein Knaller. Lorenz. Die Nick Nacks. 800 Gramm. Ganz große Packung. 5,99 Euro. Rocky Mountain Marshmallows. Die sind richtig teuer. Normal 2,99 Euro. Schmecken auch sehr gut. 300 Gramm. 1 Euro nur. Dr. Oetker. Haben wir jetzt in letzter Zeit öfters gehabt. Wieder die Sweet Tables. Die Minikugelhupf. Minikuchen. Oder hier die 4 kleinen Marmorkuchen. Und wir haben auch noch verschiedene von den normalen Kuchen. Immer 1,11 Euro. Statt 1,99 Euro. So, dann geht es hier weiter. Milka. Ganze Haselnuss oder Champignionate. Die große Tafel. Wir machen 1,49 Euro. Milka. Milka Mellow Cakes. 500 Gramm. Gibt es nicht in Deutschland. 3,50 Euro. Schmecken sehr gut. Das sind einfach Marshmallow Cakes von Milka. Milka Schoko Cranes. 1 Euro. Milka Schoko Dessert. Die Jaffa Cakes in Schokolade. In Himbeere. Oder in Orange. Immer 1 Euro. Milka Schok & Schok. 1,29 Euro. Schmecken sehr gut. Und hier natürlich die Sensations sind auch wieder da gefüllt. 1,29 Euro ebenfalls. So, was haben wir denn jetzt? Wir gehen jetzt mal rüber auf die Insel. Und zwar erstmal... Nein, noch nicht die Insel. Erstmal hier noch schweben. Marabu Dime XXL Cookies. Die liegen draußen mit 2,99 Euro. 2,79 Euro. 1,29 Euro. Und jetzt geht es auf die Insel. Und zwar nach England. M&M's Salted Caramel. 102 Gramm. Die kosten 1,11 Euro. Dann haben wir hier Maryland Cookies. Mit Haselnuss. Sind auch sehr lecker. 200 Gramm. 69 Cent. Wir haben hier Mac Fitties. Orange, Minze oder die goldenen. Das sind die kleinen... Ja, Schokoriegel sind es. So, was kostet nochmal? 1,99 Euro. Bei uns 1,29 Euro. Twix Caramel Biscuits. 2,99 Euro in Deutschland. Hier die englische Version. 1 Euro. Burton's. Was sind das hier für Kekse? Auch Kekse hier. 400 Gramm. 69 Cent. Dann haben wir Kraft Macaroni und Cheese. Die Schachtel. 1,99 Euro. Das finde ich interessant. Kellogg's Coco Pops. Das ist hier Strawberry White Choc. Gibt es ebenfalls nicht in Deutschland. 480 Gramm. 2,99 Euro. Es geht weiter hier. Cadbury Fingers White. 1 Euro nur. Wagon Wheels heißen die. Chocolate Chip Cookies. Auch aus England. 1 Euro. M&M's. Tablet. Tafel Schokolade. Mandel oder Schokolade. 165 Gramm sind groß. Kosten über 3 Euro normalerweise. 1,29 Euro. Smarties, Buttons, Milky Way Cookies & Cream. Ne, Milky Bar Cookies & Cream. Sind auch sehr interessant. Sowas kostet nochmal 2,99 Euro. 1,59 Euro. Hier. Fries Chocolate Cream. Schokoriegel. 49 Gramm. 3 Stück. 1 Euro. Cadbury Flakes. Sind auch interessant aus. 1,49 Euro. Und was haben wir hier? Das ist nicht aus England. Bandito Crunchy Peanuts. Verschiedene Sorten. 59 Cent. Dextro Energy Kiss. Fiersig. Traubenzucker. 80 Cent die Dose. Und hier auch ein Toppreis. Oreo Tints. Das sind die ganz dünnen mit Schokoladencreme. 192 Gramm. Ist ebenfalls England. Gibt es nicht in Deutschland so. 1 Euro nur. Das war alles. Ich habe nichts vergessen. Jawohl. Gut. Versucht uns. Lagerverkauf Freilinger Gießen. Marburger Straße. 127. Wir sind da. Montag bis Samstag. 9 bis 19 Uhr. Und schaut unbedingt in den Online Shop rein. Lebensmittel-Sonderposten.de Wir haben jeden Tag 50 bis 100 neue Artikel am Start. Es kommen immer mehr. Und ja. Wird euch Freude bereiten. Denn ihr findet immer neue Artikel. Das war's. Ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt. Wir sehen uns. Bleibt alle gesund. Macht's gut. Euer Benni. Schönen Abend für euch. Tschüss. Das war's.